Hallo Freunde, hier ist wieder der Ben und ich heiße euch recht herzlich willkommen auf Karchelnknack. Heute seht ihr Kuno's erster Tag in der Kita. Na los Kuno, sag Aaaaaa. Nein. Na los, Aaaaaa. Nein. Kuno? Nein, wir kuchen, kuchen, kuchen. Aber Kuno, wenn du deine Erbsen mörnig isst, dann wirst du nicht groß und stark. Also komm schon, ein Löffel für die Mami. Nein, ich will kuchen, 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 kuchen. Nein. Haha, ich hab dich ausgetrickst, Kuno. Und jetzt Ikuno. Das war ganz unartig, Kuno. Mir reicht es jetzt mit dir, du hast dir eine kleine Auszeit verdient. Ah nein. So Freundchen, hier kannst du dich jetzt erstmal austoben. Ah. Hoffentlich hast du dich bis dahin wieder ein bisschen besser benommen. Ja, und ich werd mir jetzt erstmal die Erbsen aus den Haaren waschen gehen. Ah. Meido. Ich geh zu Papa. Okay, für den nächsten großen Plan. Ist langweilig, Papa. Spiel mit mir. So, okay, dann machen wir das so. Jetzt nicht, Kuno. Papi ist beschäftigt. Ich kann dir helfen, Papi. Das denke ich nicht, kleiner Mann. Dafür musst du noch etwas größer werden. Kuno kann sehr wohl helfen. Ich zeig's dir. Ja, Kuno. Sehr schön. Ja, ich zeig's dir, Papi. Na, Moskuno rauf. Na, warte, Papi. So, und hopp. Und so, oh, Kletanah. So, jetzt ein kleines Stückchen noch und. Dieser Plan ist perfekt. Und was war das denn? Oh, oh. Na, kleiner, was ist denn hier passiert? Ach, hey, Kuno. Mensch, was hast du denn nur schon wieder angestellt? Ich weiß nicht. Irgendwie glaub ich dir nicht, Kuno. Aber ich hab da schon eine Idee. So, du bleibst jetzt erstmal hier bei Sparkles, Kuno. Er wird auf dich aufpassen. So, ich räum nochmal deinen Saustall wieder auf, Kuno. Und bis dahin bleibst du hier und bist schön lieb. Okay, Papa. Spiel mit mir. Juhu, los, Sparkles. Reiten. Los, jetzt. Wow. So, dann hier das da wieder reinsatieren. Das auch noch weg. Und dann haben wir es ja schon fast. Und. Äh, äh, was war denn jetzt schon wieder los? Oh nein, was ist denn hier nur passiert? Nochmal, nochmal. Weiter. Komm schon, Sparkles. Nochmal, nochmal. Kuno. Oh, oh. Sparkle war's. So, Junge. Du wirst jetzt artig hier sitzen bleiben, während ich dein Chaos wieder bereinige. Mami passt so lange auf dich auf. Ich bin da mal los. Tja, Kuno. Da bist du selbst schuld dran. Also soll schönartig werden, Mami jetzt abwescht. Oh, was ist denn das? Oh, Kuchen. Mami ist beschäftigt. Das ist meine Chance. Und hopp, hopp, hopp. Und jetzt ist Mami vorbei. So, die Patella hier und ich bin durch. Nicht mehr viel. Wow. Mein Kuchen. Njam, 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 njam. Hm, so, hier noch und... Ah, endlich fertig. Das schritt geradezu nach einer Belohnung. Und genau dafür habe ich mir noch einen Kuchen aufgehoben. Aber, aber, was? Wo ist denn bitte schon mein Kuchen hin? Oh, ich weiß genau, das war. Karchen! Ja, Mausebein, ich kann ja schon. Was ist denn? Äh, ich glaube, ich habe das meiste jetzt aufgeräumt. Tu doch nicht so, Karchen. Du weißt genau, was du getan hast. Äh, ja, na klar, das Wohnzimmer aufgeräumt. Ja, und meinen Kuchen aufgegessen. Ich hoffe, du schämst dich. Äh, was, was denn für Kuchen? Also, das würde ich ja wissen. Vielleicht war das ja Kuno. Nein, Kuno würde so etwas nicht machen. Er sitzt ganz brav und liegt in seinem Stuhl. Ähm. Oh nein, wir müssen Kuno suchen. Äh, ich suche oben und du suchst hier unten, okay? Niam, 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 niam. Äh, äh. Was ist das denn für ein Geräusch aus dem Ofen? Niam, 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 niam. Da bist du ja, Kuno. Und den Kuchen hast du auch. Gibst du Papi was ab? Niam, 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 niam. Nein, das ist meiner. Meiner, 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 meiner. Karchen, ich weiß nicht, was mit Kuno momentan los ist. Wir müssen da unbedingt was machen. Der Meinung bin ich auch, Carla. Er will ja nicht, wenn wir seinen Kuchen teilen. Habt ihr eine Idee, was wir mit Kuno machen können? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich bin jetzt schon gespannt auf eure Vorschläge. Und gebt mal einen Daumen nach oben, wenn ihr der Meinung seid, dass Kuno unbedingt teilen lernen muss. Ihr könnt das Video natürlich auch gerne mit Freunden und Familie teilen. Die haben bestimmt auch ein paar gute Vorschläge. Und abonnieren ist natürlich nie verkehrt. Vielen Dank dafür schon mal. Vielleicht muss Kuno einfach auch nur mal ein bisschen mit anderen Kindern spielen. Was sagst du dazu, Mausebein? Ja, Karchen, das ist eine gute Idee. Vielleicht sollten wir ihn einfach mal einen Tag in die Kita stecken. Kita? So, da werden wir. Kita-Sonschein. Carla, bist du dir sicher, dass er schon bereit dafür ist? Ja, Karchen, das klappt bestimmt. Nicht wahr? Du vorsichtig auch schon, Kuno. Kita. Na siehst du, Karchen, dann lass uns reingehen. In Ordnung. Kinder, hört auf zu streiten. So, da sind wir. Guten Tag, können Sie uns vielleicht helfen? Ah, hallo, was kann ich denn für Sie tun? Wir möchten unseren Kleinsohn Kuno heute in die Kita stecken. Sind Sie für die Kindergrippe verantwortlich? Oh nein, ähm, warten Sie bitte. Ich hole mal eben meine Kollegin. Schönen guten Tag. Sie sind die Knacks? Ich habe ja schon auf Sie gewartet. Und Ihr Kleiner Kuno soll heute in die Krabbelgruppe gehen? Ja, ganz genau. Wir möchten, dass er auch mal ein bisschen mehr mit anderen Kindern zu tun hat. Sehr schön, dann geben Sie den Kleinen mal her. Na, Kuno, freust du dich schon? Haha. Keine Sorge, ich werde mich gut um Ihren kleinen Sohn kümmern. Genießen Sie die Zeit. Viel Spaß. Oh, mein armer kleiner Kuno. Ich vermisse ihn jetzt schon. Ah, na komm, wir holen ihn doch heute Abend schon wieder ab. Hast ja recht. Na komm, wir gehen erstmal ein schönes Eis essen. Oh ja, dann bin ich dabei. Haha. Kinder, schaut mal. Ich habe hier einen neuen Freund für euch. Spielt schön mit ihm. Oh, hallo. Ich bin Kuno. Uns egal. Lass die mal spielen. Hä? Was? Na warte, mit Kuno klickt man sich nicht an. Gib mir den Drachen. Ich will auch spielen. Nein, es ist meiner. Meiner. Na gut, spiel dich mit was anderem. Wo ist denn das ganze Spielzeug hin? Aaaaaah. Oh, Kinderchen, was ist denn hier los? Warum weint ihr denn alle so fürchterlich? Das ganze Spielzeug ist weg. Was? Weg? Nein, das kann doch nicht sein. Keine Sorge, wir werden es schon finden. Mein Drache und mein Spielzeug. So, so, so. Da haben wir uns ein Übeltäter also. Kuno, das gehört sich nun gar nicht. Du musst lernen, mit anderen zu teilen. Dafür gibt es jetzt erstmal eine Strafe. Äh. So, Kuno. Zehn Minuten Auszeit. Ich hole dich gleich wieder ab und hoffe, dass du in der Zeit brav bist. Manu, die Kita ist voll doof. Kinder, holt eure Brotdosen. Es gibt Mittag. Oh, toll, Mittag. Kuno hat Hunger. Voll an Blüte. Können wir jetzt schon essen? Nein, Kinder. Ihr müsst euch vorher noch die Hände waschen. Oh, Manu. Oh, mhm. Yum, yum. Oh, Kuchen. Oh, na endlich. Ich habe so einen Hunger. Hä, was? Oh nein, dich schon wieder. Manu. Manu, Kinder, was ist denn los? Warum esst ihr denn nicht? Unsere Pausenbrote sind schon wieder geklaut worden. Was? Schon wieder? Das kann doch nicht sein. Hört ihr das auch? Hey, ja, aber wo kommt das her? Lecker. Hm, du bist also unser kleiner Brotdosen-Dieb. Hm? Man stiehlt nicht. Hast du das verstanden? Dafür gibt es jetzt eine Strafe. Ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Oh, Mann. Oh, Keta macht überhaupt keinen Spaß. Aber ich mache es mir schon spaßig. Oh, Mann. Ich muss so dringend auf Klo. Ah. Ah. Oh, Mann. Jetzt habe ich mir die Hose gemacht. Oh, dieses Bilderbuch. Das ist so spannend. Buh. Ah. Oh je, wo ist der kleine Kuno denn noch hin? Irgendwo hier muss er doch sein. Buh. Ah. Kuno. Komm doch sofort runter. Das ist gefährlich. Du hast doch eine Länge zu lernen, kleiner Mann. Mann, erschreckt nicht so einfach, Leute. Es wird wieder Zeit für eine kleine Strafe. Deine Eltern werden erfahren, was du heute gemacht hast. Ich hoffe, du schämst dich dafür. Oh, Mann. Na, der Zeit ist. Ah. Es ist an der Zeit, wieder Kuno abzuholen. Was meinst du, ob Kuno sich gut anstellt? Na, bestimmt. Ah. Es ist in meiner Ahnung. Ich kenne es. Oh je, das klingt ja gar nicht gut. Ah, das kannst du mal laut sagen. Wir sollten mal nachschauen. Hallo. Die Knacks sind hier. Wir möchten unseren Sohn abholen. Ach, da sind sie ja endlich. Hier, nehmen Sie bitte Ihren Sohn und nehmen Sie ihn. Und kommen Sie nie wieder. Äh, was? Warum denn nie wieder? Hat Kuno etwas angestellt? Das kann man wohl sagen. Ihr Kleiner hat Hausverbot in Kita Sonnenschein. Nun, verlassen Sie bitte das Grundstück. Ist ja gut. Sie müssen ja nicht gleich so schreien. Komm, Hausmein. Wir gehen nach Hause. Für Kuno finden wir was Besseres. Ach, Karchen. Was machen wir denn jetzt nur mit unserem Kuno? Er hat Hausverbot. Ach, Mausebein. Das wird es sich schon wieder geben. Meinst du wirklich, Karchen? Ach, na klar. Er ist ein Knack. Vielleicht ist er noch ein bisschen zu klein für die Kita. Hm. Na, vielleicht hast du ja recht, Karchen. Na komm, Kuno. Wir machen dir erstmal dein Abendbrot. Kuchen. Kuchen. Für so viel Kuchen bist du noch viel zu klein. Den schnapp ich mir. Kuchen. Kuchen zu klein. Kuno will wachsen. Hä? Es hat geklappt. Und jetzt schnapp ich mir den Kuchen. Oh, ich wusste ja, dass Kinder schnell wachsen, aber so schnell. Kannst du das glauben, Carla? Ähm, nein, Karchen. Ich bin selbst ganz erstaunt. Haha, wer hätte gedacht, dass man so schnell wachsen kann? Ihr etwa? Wie habt ihr euch das vorgestellt, wenn ich größer werde? Hä? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Oder schreibt mir in die Kommentare, ob ihr so schnell gewachsen seid. Hm? Und wenn euch das Video gefällt, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Oder teilt das Video mit Freunden und Familie. Oder wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet, dann abonniert doch den Kanal. Ja. Und zwei weitere Folgen findet ihr hier rechts im Bild. So, ich esse jetzt den Kuchen. Hahaha. Kuchen, 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 Kuchen. Kuchen, Kuchen.